Kannst du mal sagen, was du denn machst, Heidi? Ja, also ich suche immer noch einen Hut, aha, hier runter, runter, wie Kleronora hatte. Einen Hut braucht man ja irgendwann. Ich habe gar nichts Richtiges, außer meiner Lederkappe, die zu warm ist. Und da suche ich und, ja, mal probieren. Vielleicht der Graue, der Graue, vielleicht ist der besser. Der ist dünner, ist der besser. 8 Euro, 8 Euro kostet die. Ja, welcher ist schöner? Also vom Material her, der ist ein bisschen dünner, der ist dicker. Also wenn du jetzt nach Sibirien fährst, brauchst du einen warmen? Ja, irgendwie ist mir der uriger. Denke ich, der Graue ist, also eigentlich finde ich den, nein, nein, nein.